Fangen wir erst mal kurz mal zeigen. Es ist ein tolles Ding. Ich liebe dieses Teil. Und das Ding wiegt eigentlich 700 Kilo und der Mann hat das mal eben gerade aus Hüfte rausgenommen. Es ist auch gar nicht heiß. Also eigentlich kochend heiß. Wir benutzen es eigentlich auch nur, um zu kochen. Mein Gott, ihr habt aber echt, seit ich nicht mehr hier bin, ist irgendwie der Humor-Virus ausgebrochen, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Das liegt an diesem subtropischen Klima hier unten. Du hast wahrscheinlich einen Gehirnhumor.